Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf Diagnachen Ticket und heute habe ich das Spiel Someone's War Sky Arena. Ich starte das Spiel mal voll mit rein. Ich habe es schon heruntergeladen, meinen Account gesucht und gefunden. Das wäre immer schön, wenn es mal spielen klappt, meinen Account zu finden, meinen alten. Dann freue ich mich immer auf das Spiel. Das Spiel gibt es schon seit 2014. Schon älter das Spiel. Hätte ich nicht gedacht. Was ist das? Golfstar. Nö, bin ich nicht. Welt Arena. Achso, das ist von dem Spiel. Ich sag mal, boah, da bin ich. Kriege ich heute keine Belohnung? Oder war das das schon? Hm. Das war bis zu nichts abgeholt, aber egal. Halle annehmen. Okay. Perfekt. Da ist ein Geschenk. Einsamme. Erhalten. Okay. Bei täglichen Mission. Die muss ich fertig kriegen. Das ist mein Ziel, was wir zusammen erledigen wollen. Aber zuerst werde ich hier Neu-Herausforderung. Nicht erst mal über Durchklicken. Hier steht eine Eins. Gibt es hier was geschenkt? Oder nicht? Da hinten. Hm. Arena. Okay. Gekauft. Umsonst. Das ist schön. Abgeschlossen. Limit. Normal. Der leuchtet wieder. Ich hab keinen so einen Diamanten. Also das auch abgeschlossen. Da haben wir Ausrufezeichen. Ganz schön viele Leute auf der kleinen Insel hier. Oder Monster. Das sind ja keine Leute. Das sind ja Monster. beschwörung 25 Schriftrollen habe ich und da will ich 16,55,75 das kann ich viermal beschwören Level 1 bis 3 Sterne egal ich muss ja ich weiß auch Leute beschwören ja genau drei Stück sollte ich beschwören hat ja gepasst neue Monster habe ich jetzt wo sind die da sind sie den habe ich schon da die blaue Truhe habe ich noch nicht und den gelben Pils habe ich auch noch nicht gut anschauen 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 aber den kann ich jetzt kann man die nicht irgendwie aufleveln ach so war das beim erwecken okay den konnte ich nicht erwecken den kann ich erwecken also die Game Sterne kann ich erwecken und die grauen anscheinend nicht gut zu wissen oder auch nicht naja doch gut zu wissen ist es da brauchen wir gar nicht unnötig viele von den grauen zu sammeln champion challenge zwei habe ich ja gegriffen der hat mich besiegt hm das will ich sehen gut so ist es einer weg weiter weg den nächsten noch mal anschauen wie der hat auch nicht angegriffen das kann doch nicht sein oh der ist jetzt mal dran wenn er getötet der Sensenmann das ging auch schnell gut haben wir gemacht jetzt zurück hier ist eine Schriftrolle scheint dazu nichts zu bedeuten 2000 Kristalle geholt hier ist der eine wo ist der andere da oben ist der andere die habe ich doppelt hey Errungenschaft nicht schlecht da ist noch Event ok gut dann würde ich jetzt mal sagen wir gehen an die Tagesquests ran tägliche Rune Pflege Werte Werte dreimal auf ok dann müssen wir einfach zu den Monstern gehen ich nehme hier den letzten den Toad Fähigkeiten Rune ähm die sind alle schon eingebaut dann mache ich das später oder kann man die eingebauten auch aufleveln muss man ausprobieren Monster Diatronen entfernen aufwerten es geht 3 2 1 1 dreimal war das 2 2 1 1 2 2 1 2 2 3 2 2 3 3 2 3 3 3 2 4 1 2 3 3 4 5 4 5 5 5 5 5 5 5 6 5 4 5 Die Sozialpunkte, können hiermit die Freunde verschicken, ok, perfekt, Kopf am Kopf, das war Arena, noch 3 Arena Kämpfe, Kampf, Arena, Kämpfen, immer gegen den Schwächsten, der ist der schwächste Kampf. Es sind noch 2 Siege. Ach, können wir einfach hier weiter, ne. Ich probiere aber was anderes aus. Und das ist der. Den muss ich noch loswerden. Blau, gelber Pilz, blaue Truhe, gelber Pilz. Den hab ich da auch schon. Da. Muss den auch noch loswerden. Gelber Pilz, blaue, oder graue Truhe. Okay. Und noch einen starken. Ne, nehmen wir den über den hier. Und wieder. Welter hier. Die. Come. Oh. Oh. Oh nein, 2 down. 3 down, aber geschafft. Immerhin. Doch mal kämpfen. Und danach... Ne, das ist schon der letzte Kampf dann, wenn ich gewinne. Super. Da ist noch der eine. Yeah. Okay, das waren 3 Kämpfe. Aber ich müsste jetzt auch die Quest fertig sein. 2 habe ich fertig. Errungenschaften auch noch. Arena. 5 Mal in Folge gewonnen. So geht das. 10 mal. 10 mal. Also 10 mal ein Zähnenkampf. Kampf. Und das sind hier wahrscheinlich die Zähnen dann. Warte mal. Ich wollte hier meine kleinen Aufleven. Da muss ich erstmal die 2 zerstören. Die nerven mich. Sonst nehme ich die noch. Monster. Da. Erwecken. Ne. Geht nicht. Oder geht das anders? Ich habe es vergessen. Erwecken. 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 Oh. So einfach geht das. Beschwörungen rückgängig machen. Der lila war noch. Jetzt haben wir noch den blauen. Den gelben Pils. Dann haben wir den blauen. Roten. Und den gelben jetzt. Und Ruhe. 1, 2, 3. Gut. Dann haben wir die jetzt weg. Jetzt gehen wir zum Kampf. Arena. Ich gehe gleich zum Post. Zum Post. Zum Boss. Ah es sind nur 3. Ne. Nehmen wir da. Der Boss. 4. Gut. Dann nehme ich einmal einen Freund. Und ich nehme 1, 2, 2 und ich kämpfe. Du bist du rollen. Ich bin so rückgängig. Du bist der Borde, nicht so rückgängig. Ich komme immer wieder. Ich bin so rückgängig. Ich bin so nicht sagen. Dann nehme ich auf. Du bist der Borde. Ich bin so rückgängig. Ich bin so rückgängig. Was ist das? Du bist du bei dem Rollen. Erst will ich etwas wieder raus. Einen weit vermis ich mal gegen den Rollen. Es ist eine Reihe Verzächtung. Da, wenn ich mich so rückte. Gewonnen Okay Verbreiten Okay Hier sehen wir den Die letzten drei Sind immer noch die Oh Schön Super Ich glaube Das ging schnell Wir nehmen wir jetzt Keine Verbreitung mehr Hm Keine 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 Wiederholung Keine 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 jetzt habe ich noch für bunte links ein, dann ist sie fertig gut hmm herausforderung ich habe ich gemacht ich muss noch sechs angriffe machen aber ich wollte gerade nicht immer mit den gleichen angreifen deswegen das war der das war die ich habe gerade schon ich probiere mal mit den super los Das dauert auch ganz lange mit denen hier. Ah, so geht das. So, da haben wir jetzt die gespielt, die gespielt, jetzt nehmen wir den hier, den Hayopay und wir nehmen 1, 2, 3, Kampf. Dann ist das jetzt der sechste Kampf. Super. Oh, ich bin da hin. Den haben wir, den haben wir, den haben wir, jetzt kommt der dran, die 3 Schmächsten und kommt. Schön! Glaubst du vielleicht nicht? Oder sowas? Er wurde weggespült. Da kommt jetzt der dran. Oh, der hat hier nicht mit einem Schlag geschafft. Den habe ich genommen, den hatte ich gehabt. Jetzt kommt der dran. Die weg. Kämpfen. Mal sehen wir das. Boah, das ist ja cool. Oh, nice. Was kommt jetzt Schönes? Schön. Ich bin stolz auf euch. Vorbereitung. Das war die. Okay. Jetzt kommt der hier dran. Die weg mahnen. Und die nächsten drei Loser holen. Super. Ah. Hm, einer down. Ich denke mal, die sterben alle drei. Meine kleinen, nur der große nicht. Die weg ist weg. Ghost! Super. Knapp, aber geschafft. Ich bin aber so ein bisschen am Überlegen, jetzt bin ich immer so ganz leise. Schön. Cool, weil das immer so schnell geht. Jetzt kommt die dran. Oh, Level 28, das wird wieder schwer. Aber jetzt sind die ja auch schon Level 5. Ich glaube, das ist jetzt auch der letzte Jahrzehnte, weil ich mich nicht verzehrt habe. Ja. Okay. 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 Ich bin schon. So war. Locker, locker, Herr Schatz, locker. Oh, ich habe zwei Quests fertig. Ja, ich brauche die Quest nicht mehr machen. Ich bin fertig. Ich habe die 100 Punkte geschafft. Es wäre noch besiege den Lichtkönig zehnmal und erobere das Feuer. Das ist bestimmt auch hier in Kampf, aber erstmal gehe ich hier kurz reingucken. Okay. Hier ist was Neues passiert. Zwei Stück. Ich bin glücklich. Schatzgeruch. Ich bin glücklich. Ich habe das als Neues passiert. Oh. Na gut, wir haben die Tagesquest alle geschafft, dann muss ich mal sagen, das war's für heute, dann eine schnelle kleine Runde, da ist noch ein Ausrufezeichen, warum soll ich das nehmen? Und hier haben wir, geht nix, Fragezeichen, geht auch nix. Gut, das war's, Spielwenden, jawohl, ja, jetzt höre ich mein Ticket ab und sage schon mal Dankeschön für das Zuschauen, ich würde mich freuen, wenn ihr allerdings noch mal seid, bis dann habe ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen, ciao, ciao.